Diese hier zum Kauf angebotene neue Wohnung befindet sich im Kreis Viersen. Das Objekt wurde 2018 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 87 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 199.800 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.